Keine Sorge, in diesem Video musst du nicht lange nach Ostereiern suchen, denn in diesem Video gibt es sieben Inspirationen für skandinavische Osterdeko. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan Nörth und heute geht es um skandinavische Osterdeko. Ich kann es kaum glauben. Nachdem ich das Video gemacht habe über die skandinavische Frühlingsdeko, werden dir vielleicht ein paar Sachen bekannt vorkommen. Ein paar Sachen sind aber auch neu und ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei reden. Wir wissen ja alle, beim skandinavischen Einrichten geht es darum, dass weniger mehr ist. Und all diese Sachen werden wir auch gleich in den Tipps nochmal hören. Fangen wir aber an mit Nummer 1 und das darf nicht fehlen in meiner Videoreihe. Natürlich skandinavische dänische Holztiere. Da möchte ich dir zwei ans Herz legen. Zum einen diesen Hasen hier von Spring Copenhagen für ungefähr 29 Euro erhältlich. Ein super schöner kleiner Hase aus Holz, der super in jede skandinavische Deko reinpasst. Und wenn du sagst, ich möchte ein bisschen mehr investieren und gönne mir vielleicht auch einen richtig dänischen Klassiker, dann gibt es hier natürlich auch noch das Kaninchen von Kai Beuysen für 59 Euro ungefähr. Und auch perfekt für die Skandideko. Aber es geht natürlich nicht nur um Hasen und Kaninchen, sondern es gibt auch noch ganz viele Holzeier zum Beispiel. Die kann man auch sehr gut als Deko benutzen. Und ich bin schon bei Platz Nummer 2. Da geht es um Schlichtheit. Und das ist natürlich nichts Neues, wenn es um skandinavisches Design, skandinavisch einrichten geht. Denn eben hast du dich vielleicht gewundert, warum soll ich jetzt 29 Euro für einen Holzhasen investieren, wenn ich doch mir für 29 Euro so viele kleine Sachen kaufen kann. Da kann ich mir noch mindestens 15, 20 kleine Sachen, Figuren und so weiter kaufen. Das ist ja das Spannende an dem Skandi-Style, dass immer weniger mehr bedeutet. Also lieber eine Sache kaufen, die hochwertig ist, die richtig schön ist, die man jedes Jahr wieder benutzt, anstatt so viel Kleinkram zu kaufen. Das geht natürlich für Weihnachten, aber auch für Ostern. Also eine Fensterbank mit 50.000 Küken und mit ganz vielen Ostereiern und so, das ist einfach too much. Deswegen hier auf jeden Fall auch reduzieren. Weniger ist mehr auch zu Ostern. Ja, Platz Nummer 3 wird dich wahrscheinlich nicht sehr überraschen, denn hier geht es um natürliche Materialien. Wenn wir eben schon über Holz gesprochen haben, gibt es aber natürlich auch noch zum Beispiel Wolle oder es gibt Papier, es gibt Filz. Also viele Materialien, aus denen man auch etwas basteln kann. Nun bin ich ja, wie du weißt, nicht so der Do-it-yourself-Experte. Deswegen möchte ich dir nur an dieser Stelle kurz diese Ostereier empfehlen. Die finde ich sehr, sehr schön. Die sind aus Papier und die sind von DBKD und die gibt es wahrscheinlich auch bei vielen anderen Shops. Die sehen sehr Scandi-mäßig aus. Also ich habe solche ähnliche Deko auch zu Weihnachten. Die finde ich sehr, sehr gut und wenn ich selber basteln kann, Hut ab, aber ich kann es nicht. Aber natürliches Material ist A und O, das A und O zu Ostern. Also bitte kein Bling-Bling, keine Glitzer-Sachen oder so. Oder irgendwie, manche geben auch Tipps, so Eier selber dekorieren und mit Federn bekleben. Geschmäcker sind verschieden an dieser Stelle. Ja, dieser Punkt kommt hier sicherlich auch bekannt vor. Blumen, Blumen über alles. Also einfach die schönste Vase schnappen, die man hat. Zweige kaufen, Blumen kaufen, Tulpen, Narzissen. Alles, was es jetzt gerade so gibt, einfach nach Hause bringen. Schön in Zähne setzen und dann hat man schon eine richtig schöne Oster-Deko. Und das Gute ist, man muss da noch nicht mal viel jetzt dafür kaufen. Man bekommt ja schon so einen Bündel Narzissen für 99 Cent. Und wenn man das hier in die Vase tut, vielleicht noch ein paar Blaubeer-Zweige dazu, dann ist man bei 2 Euro, 3 Euro. Und man hat auf jeden Fall für die Osterzeit eine schöne Deko. Also Blumen gehen natürlich immer, aber auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Platz Nummer 5, wer hätte es gedacht, es geht natürlich um die Ostereier. Was wäre Ostern ohne Ostereier? Und ich glaube, ich werde in diesem Jahr auch das wirklich mal ausprobieren, Ostereier auszupusten und dann selber zu bemalen. Also ich habe schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich die vielleicht beige anmale, dunkelbraun, dunkelgrau. Also Erdtöne finde ich, glaube ich, ganz schön. Vielleicht kann man die so ein bisschen schön in Szene setzen. Ansonsten kann ich dir da leider nicht so viele Tipps geben, weil ich ja nicht der Do-it-yourself-Experte bin. Aber bitte auf gar keinen Fall irgendwie Eier mit einer Heißklebepistole mit kleinen Steinchen bekleben und mit Federn und ganz viel Glitzer und so. Das passt, glaube ich, nicht in den Scandi-Style, sondern es würde vielleicht auch reichen, wenn man die so gar nicht bemalt, sondern einfach so natürlich in Szene setzt mit ein bisschen Moos, mit Blättern, mit kleinen Stöckern und so weiter. Wenn man so ein kleines Nest baut, vielleicht so ein Osternest, das wäre doch zum Beispiel ganz schön. Oder wenn man Blumen hat und dort die Eier verstecken kann oder eben malen. Pastelltöne gehen natürlich auch, passen auch perfekt in den Scandi-Style. Platz Nummer 6 sind Kerzen, wie auch schon bei der Frühlingsdeko. Also da nehmen sich Oster- und Frühlingsdeko nicht so viel. Kerzen sind super toll für den Frühling, weil man so ein bisschen in diesen Übergang hat zwischen der dunklen Jahreszeit und der hellen Jahreszeit und man es sich trotzdem abends noch ein bisschen gemütlich macht. Also schöne Kerzenständer, schöne Kerzen, Teelichter, alles was es so gibt in Pastellfarben, in hellen Tönen. Ich würde jetzt vielleicht nicht dunkelrote Kerzen hinstellen, das ist ja vielleicht doch ein bisschen mehr Weihnachten. Aber alles was grün ist, was gelb ist, was ein bisschen gute Laune verbreitet, ist auf jeden Fall gefragt. Und vielleicht auch mit Duft oder ohne Duft, das entscheidet man am besten immer selbst, je nachdem was man mag. Und wo wir gerade auch bei Kerzen sind, auf dem Tisch darf natürlich auch so einiges passieren. Ich würde jetzt auch hier, glaube ich, kein extra Ostergeschirr kaufen, weil das steht nur im Schrank und man benutzt es nur einmal im Jahr. Aber wenn man natürlich auch hier ein schönes Service hat, kann man das natürlich benutzen und die Servietten auch ostermäßig falten und so weiter. Da gibt es auch tausende Anleitungen im Internet und damit so ein bisschen Osterfeeling nach Hause holen. Was man natürlich allerdings machen kann, ist, dass wenn man ein Service hat, dass man sich da vielleicht so zwei kleine gelbe Teller oder weiße Teller, grüne Teller oder in anderen Farben bunte Teller holt. Und die einfach benutzt, aber die kann man ja auch so im restlichen Jahr benutzen. Also ich rede jetzt einfach von einem kleinen Teller, von einem Kuchenteller, den man dann später im Jahr im Sommer auch benutzen kann, um irgendwelche Süßigkeiten oder Eis oder andere Sachen darauf anzurichten. Also mal drüber nachdenken, ob man das Service, was man hat, ob man da ein, zwei Sachen dazu kauft, anstatt sich ein komplett neues Osterservice zu kaufen. Platz Nummer 7. Menschen im hohen Norden lieben es, wenn es zu Hause kuschelig und gemütlich ist. Zwar ist jetzt nicht mehr die Hochzeit für Hügge, aber trotzdem gibt es immer noch die Möglichkeit, sich eine super Decke über die Schulter zu werfen oder auch sich darin einzukuscheln, selbst wenn Frühling ist, wenn Ostern ist. Also stellen wir uns vor, wir sind zum Beispiel draußen, das erste Mal sitzen, wieder auf einer Bank, auf einem Stuhl und es ist so schön, dann geht die Sonne runter und es ist kalt. Dann kann man sich wunderschön eine Decke über die Schultern werfen und es sich richtig schön gemütlich machen oder eben im Sessel oder auf dem Sofa. Allerdings reden wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr über diese dicken, schweren Wolldecken, sondern vielleicht eine leichte Decke, eine Decke aus Leinen, die so ein bisschen vielleicht auch von den Farben ein bisschen fröhlicher, ein bisschen pastellig ist. Und das passt natürlich auch super in deine Osterdeko und kannst du auch den ganzen Frühling über noch benutzen und bis in den Sommer rein. Also da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, das war jetzt ein kurzes Video zu sieben Inspirationen für skandinavische Osterdeko und wir sehen uns schon in kurzer Zeit wieder mit einem neuen Video. Bis dann!